Hallo Leute, aber bevor ich lange labere, ich habe irgendeinen verkackten Glitch ausgelöst. Weil falls es jemand kennt, oder die Demo, vorher kann man noch so abspringen, wenn man ganz hoch ist. In der Luft kann man einen Stunt ausführen. Und dann, wo ich am Boden war, mehr oder weniger, ist irgendwie das passiert. Die kann man auch so sehen. Die Zeit geht, trotzdem, weil ich habe versucht, irgendwie in den Gletsch rauszukommen, aber es geht einfach nicht. Es ging einfach nicht, dass es erst heute passiert, das ist so... Aber trotzdem ist es einfach irgendwie lustig. Aber weil es überhaupt eh nichts mehr bringt, aus dem Gletsch irgendwie rauszukommen, machen wir einfach neu und versuchen einfach weiterzufahren. Ich fühle Paralyse. Ich fühle Paralyse. Und dann, wo ich heute meine Jöntgenheim werden kann. Ich fühle Paralyse. Ich fühle Paralyse. Ich fühle Paralyse.